Ah, was haben wir gemacht? Die Machtgeräte. Er kommt uns. Genau. Machtreich. Aber dann dürfte hier eigentlich auch nicht mehr viel kommen. Der wird hier die ganze Zeit als der große böse Arsch dargestellt. Ja. Hör auf, ihm wird mit der Herzen heulen, Alter. Bist du hinter mir? Ja. Warum versteckt sich Draghi eigentlich immer hinter mir? Du bist der Kerl. Wir kriegen sich Simmels. Alter, so viel Munition hatten wir noch nie. Ja. Das musst du mitnehmen, das Rotkraut. Ah, Moment. Ja, erstmal kurz was auswerden. So. Hab ich. So, ich kann es auch mitnehmen. So eine Scheiße. Ne, muss halt nicht. Okay. Ähm. Das weiß ich so genau noch nicht, Kedo. Und von daher kann ich das noch gar nicht beurteilen. Auf dem Arsch. Die Aussage wurde zurückgehalten, Draghi, ne? Weil der Arsch drin stand. Helena! Wobei. Bewegung! Ja, bei Frauen, äh, auf jeden Fall, ja. Wenn der Arsch passt. Ist das denn irgendein Programm, was man sich runterladen muss, das Stream Heroes, oder? Nee, 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 das muss man sich nicht runterladen. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Hier ist der Kopf und du meldest dich halt mit deinem Twitch-Account an und dann, also als Streamer halt, und dann kannst du deine eigenen Karten dann sozusagen erstellen. Fünf Stück und dann kannst du das dann sozusagen alle auswählen, dann abspeichern, und dann dauert das dann halt ein paar Minuten und dann, äh, bis du dann halt die Bestätigung kriegst, dass die Karten dann in Ordnung sind und dann, wenn dann deine Zuschauer dann eben Coins sammeln bezieht sich dann auf die Kanal-Punkte, oder was? Das sind dann sozusagen wie Kanal-Punkte, ja. Weil die haben wir ja noch gar nicht. Ja, genau, wenn dann deine Zuschauer dann sich dann so, oder andere jetzt, die dann da auch angemeldet sind, auf eure Streams kommen, sammeln dann, wenn sie euren Streams gucken, dann halt die Coins, die Punkte eben, und dann nochmal bei 6 Coins, dann, ähm, kriegen sie die Level 1 Karte und dann müssen sie halt doch mal 6 Coins sammeln für Level 2 und so weiter. Ja, das kannst du dann natürlich dann auch machen, wenn du dann halt auch mal angst, wie noch hupst. Ja. Und dann je mehr Karten hast du dann halt natürlich auch, und dann steigst du halt im Ranking dann auch auf. Ja, jetzt werde ich mir das wieder mal anschauen. Ja. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, die kann mir ja dann erstmal kurz eine Zusammenfassung geben, wo es ist. Du Bastard. Du Bastard. Ja. 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 Ich glaube wir sind tot. Ja. Ah, Kedo hat eine Level 1 Karte bei dir bekommen. Oh, sehr nice Kedo. Wäre ja schon schön, wenn du auch ein bisschen mitschießen würdest. Naja, ich wollte jetzt nicht extra direkt an dich halten. Du musst laufen. Ja, ich lauf. Ich muss nachladen. So, kann es laufen. Shit, geht nicht auf. Wo ist er denn? Oben. Oben. Oh, da. Ich komme da rauf. Er ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Ich werde sie töten. Ich muss nachladen. Uppercut. In die Schnitte. Ach nee, ich bin ein bisschen hart. Hier. Zack. Genau. Helene. Helene. Helfen Sie mir. Ja, Moment. Schnell. Ich will es gleich, Kedo. Und den einen Schuss hättest du ihm auch noch geben können. Also echt so. Ist er tot? Und wieder eine. Sehr schön, Kedo. Sehr schön, Kedo. Leon. Leon. Alles okay? Es muss Einbildung sein. Er wird ja immer fester. Leon. Er will zu ihnen. Ist echt so. Oh. Boah. Ist doch ein Dusel jetzt. Oh. Auf. Alter. Für wen hält der sich? Für Pegasus oder was? Ja, anscheinend. Komm, wird's hier irgendwie krank? Ich bin hier nicht. Ob ich da hin? Ob ich da hinbekomme? Ne, bitte. Ich glaube, er ist drin. Äh, ja. So, scheiß. Puff. Also er ist drin, heißt ich will raus. Ja. Oh, mein Zug. Ich weiß schon, warum ich Zug fahren auch nicht so schnell davon bin. Ja. Boah, ist eigentlich geschafft. Ich hoffe es doch. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Oh. 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 Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Nur weil ich dieses scheiß Metall von dir abgewehrt habe, sonst hätte ich das Ding vom Zug geschleudert. Ja man. Meine Familie hat mich verertet. Das nennt man heutzutage Kartoffelbrei. Ja. Schon wieder ins Wasser. Ja. In Dattart. Was ist das mit dem Kapitel? Mein dicker fetter Bosskampf, eigentlich ist das Kapitel zu Ende. Nimm alles zurück. Ich kann schon wieder keine Waffe wegziehen. Ich brauche die Mappe bestimmt noch nicht. Ich muss da erstmal hochkommen bevor ich irgendwas einordne. Naja. Es gibt hier keine Anzeichen für eine Virusinfektion. Kommt noch. Ja. Da das ja 2013 ist, na dann erwartet man noch sieben Jahre. Ja. Dann werdet ihr sehen was ihr davon habt. Ja. Ich hab's nicht mal die Zeit. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Nein. Einen Augenblick. Was ist das? Eine Rakete. Franco? Sonst vielleicht möchte ich du machen. Corona ist incoming. Ja. Wir haben euch gewonnen. Ja. 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 Wird der Tag kommen, wo wir auch so aufeinander losgehen, ja? Das ist die Frage Wenn das Klopapier nicht mehr reicht, dann wird es kommen Kapitel Ende Endlich wieder Rang A gekriegt hier Ja Erkennungsmarke erlangt Ja, so wie jedes Mal Ja Huiuiui Du hast mehr Gegner platt gemacht als ich Ja, drei Du hast sogar auch mal Rang A geschafft Ja Ich hab das Kapitel abgesch-